Oh mein Gott, der beste Screen, wenn man dieses scheiß, scheiß Drecksgame startet, Alter. Guckt ihn euch an. Oh, ja! Ich bin so sauer, ne? Ich hab keinen Bock mehr auf mein Alter. Gestern kam jemand rein und will mir so ein Sitzkissen andrehen, der gut ist für meinen Rücken und so ein Scheiß. Ach, du Kacke. Das erinnert mich daran einfach, dass ich ein Rentner bin und das möchte ich nicht. Weißt du, wie letztens passiert ist? Ich bin ja hier auf die Kaktus. So eine Gaming-Messe in Leipzig. Und die haben mich angekündigt und haben gesagt, ein Urgestein der Twitch-Szene, Alter. Weißt du, wie ich mich da gefühlt habe? Hey, ein Urgestein. Ich wollte niemals ein Urgestein sein. Ich muss bald anfangen, bunte Sneaker zu tragen und so eine Scheiße. Wie alt bist du jetzt gerade? 27, oder? Ja, nee. Warte. Wie, was? Du weißt nicht, wie alt du bist? Bro, Romatra, bist du 26 oder 27? Ich bin mir gerade nicht sicher. 15 am März 96. Wie alt bin ich, Chad? Du bist 26. Ja, Gott sei Dank, Alter. Auf geht's, Romatra. Auf geht's. Oh, ich hab meinen Arrow gesehen in VZT Locken. Den er hier hinschießt. Ein Arrow? Den hat er natürlich nicht von mir. Ich wurde so oft für den Arrow geflamed. Die haben den so oft geschossen. Jeder Arrow ist gut. Weißt du, welcher Arrow schlecht ist? Den Arrow, den man immer macht. Wenn du keine Variationen rast in deine Arrows, dann bist du ein Schlechter nicht, Chad. Guck mal, was ein geiler Arrow. Der hat schon wieder einen aufgedeckt. Older, 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 older. Oh, Mann, ey. Oh mein Gott, ich hab so geschlafen, hä? Sova, are you sleeping, man? I was asleep, yeah, yeah. I'm very old. I'm like 27 soon. It's just too late for me. I cannot sleep like that, man. I know it's not night in Germany. Can you plant? Hey, wallfall. We got to the castle? Was? Die haben von uns gewollt. Du hast nur mein Leben gerettet. Gottverdammte Legende. Flasche. Three people, three people. Das ist erstmal gut. Three people, ich hab nur drei Kills. Nice, Romatra mit einem Triple Kill. Mit einem Triple Kill, die Eco-Frax, Alter. Lass uns mal faken, Romatra. Droh mal hier instant raus, tag mal ein und ulti ihn. Ich busche. Wait, let's go. We faken, ey. We faken. Ich teken. Ah. Aber... Ist er bei dir? Ja, der hat sich zu mir teleportiert. Der hat sich mit einer Judge in meine Fresse teleportiert, wenn ich ulti ihn hat. Ich fass es nicht. Okay, in love, okay. Geh ich damit rein in die... Ich geh damit rein. Oh, fuck it. Wie sieht sie mich? Ich geh in die wieder in die scheiß Smoke rein. One more. Shotgun! Oh, Jump City. Oh, du bist so... Wow. Wow. Pass auf, guck mir zu, guck mir zu. Okay, Romatra. Wieso hat der aber immer eine Waffe? Der hat den Deagle, ich hab gedacht, ich fick den jetzt. Und auf einmal swingt der mich mit einer Wendel. Woof, woof. Yo, sell that back. I don't want you barking at me. The fuck? This is over. Oh, was? Der spielt nur Shotgun. Ich sag, du kriegst so gottlos in eins von einem von denen. Digga. Digga. Was? Unlucky Timing, Alter. Wurde der gerashed und war vielleicht auf K? Das ist dann einfach, wenn du so Immortal 2, 3 Lobby spielst. Das ist Brainded People teilweise. Let's see. I wanna see if you're smart. Oh Gott, you're famous. You're right, buddy? Das meine verändert ja da. Ich geh ja noch mit einem berühmten. Seit wann so viel mit Romatra, schreibt jemand? Ja, das Ding ist, Schiff Schrobel, er wollte eigentlich mit Schiff Schrobel spielen, aber der verschlafen. Nein, heute Abend. In deinem Titel steht Velo mit Chef, Alter. Das stimmt gar nicht. Ich mach Abrede mit dir heute, Mann. Mein Gott, wo sind die Schüsse? My wall is useless on B. Yeah, but you can play this wall here and then you play this bubble here. You better listen to him. Like this Romatra is ex-professional. Ah, die Schnauze. Ich hasse diese Games, Alter. Wo du einfach nichts machen kannst. Ich spiel 8-8, Bro. Und DocShit spielst du auch nicht unbedingt. Na doch. Ja, okay, du bist DocShit. Stop, Optip. Nein. Oh, der Droh. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Wait, 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 wait. I can drone, wait. Auf J, auf J. No one tap, no one tap. Natürlich, ne? Mann, warum ist der Hammer so krass? Das ist DocShit. Nein, so Martha ist okay. Das ist okay, das ist ein Kiel. Ich spiel Recheck, B. Ich habe walling up. Oh, I hit two people. Default, default, one, default, default. Nice, beautiful. Oh. Oh, my goodness. I can drone, wait. If you take a second. One take. Das ist doch gescheuert. Nice, one more. Nice, beautiful, guys. Let's go. Wait, wait, wait. Change the fuse. Come here. I trust you, my life. I trust you, my life. Thank you. Nice. Tschüss, ja. Jesus, guys. Have a good one. Ciao, ciao, ciao. Ich muss kurz Wendel ändern. Ich glaube, mit Deggie geht es da gut rein. Ich habe mein Neptun gekauft, weil ich finde, die sieht so hübsch aus, aber die spielt sich irgendwie so scheiße. Ja, auch, das ist nicht alles, Romatra, ne? Selin Baba Keltosch. Was heißt Selin Baba Keltosch? Was heißt das? Selin Baba Keltosch heißt, dein Vater hat eine Glatze. Selin Baba Keltosch. Dein Vater ist ein Glatzkopf, okay, oder so. Geiles Game, also. Oh nein, 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 nein. Mach mal Sova, mach mal eine Runde Sova. Trust me, bro. Oh. Oh, das klingt kranfident, klingt kranfident. Oh Mann, ich will nicht smoken. Kuback, smogst du eine Runde bitte? Spiel mal eine Runde Astra jetzt. Astra. Komm bitte, lass ich will nicht smoken. Ich bin der Grund, warum wir diese Runden so knapp teilweise jetzt gewinnen. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr smoken. Ich will vergessen, wie das geht, bro. Nimm meine Waffe. Unterherren ist eine Wendel, ne? Die hast du vielleicht aufgehoben aus dem Sinn. Darf ich die bitte haben zurück? Ich will die bitte zurückhaben. Gib mir meine Wendel zurück. Ja, ist ja okay. Bro, du weißt nicht, wie ich schon wieder gestorben bin. Hilf mir das aufzuschießen vielleicht? Nee, dann nicht. Ich glaube, wenn du dich da oben ein paar Mal eingesmogt hättest und noch was gewartet hätte, hätte das funktionieren können. Ich weiß ja, aber gerade wenn du siehst, wie ich spiele, dann einfach nur rein die ganze Zeit. Ich mache mir jetzt Musik an, Chat. Wir viben jetzt ein bisschen, ich habe keinen Bock mehr. Ich schieße es auch nur noch. Das ist so schwierig. Ich habe halt keinen Bock hier irgendwie mit den Leuten zu reden, weil eh keiner auf mich hört, wenn er hier sagt, wir gehen wieder C oder so. Ey, wir hätten einfach jede Runde C rushen können und wir hätten gewonnen, ne? Get out of my way. Get out of my way. Ja, die Shotgun-Race ist an meinem Ende, ne? Esku, Romatra. Focus up. Mann, macht die ganzen Leute nicht so shit. Smoke's down. Das ist schon, bro. Nice. Und so gut. Das war der Typ von gestern. So, die ist auch nicht so gut. Hä, wo war er denn? Hm? Go, go. Natürlich. Lady Man. Bro, Brimstone, you're so fucking drain- Shut the fuck up, mate! Hä, 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 hä. Ich bin gerade ready. Die macht mich gerade ready. Oh, oh, schmissig. Nice. Romatra. Romatra! Ich wusste nicht, dass er so Klauschel ist. So eine kleine Bitch, ne? I'm long, long. Long. One HP, Sage. Umlauf ihn, umlauf ihn, umlauf ihn. Oh, was? Das ist incredible. Oh. Nice. You know, you're so bad, Jet. Ja, vorbei. Hey, dass die mit fünf Fool-Listen gegen uns gewinnen, ne? Das ist so frech, ne? Das ist so frech. Äh, Marci. Was? Was? Hast du mir einen MVP genommen? Ich hab deinen MVP genommen, Alter. Weißt du warum? Weil du gar nicht in Pokus warst, du kleiner Wichser. If you're a guy, you can't hold the long bombsite, it's fine. Then just call me. I'll come to you. But don't say it at all, GG. You little fucking weasel, you know? We call you a waschmaschine in Germany, you know? You're a waschmaschine. Waschmaschine, love you. You're a waschmaschine in Germany, 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 you